Hallo, ich bin's wieder, Sherry. Ich habe heute von der Julia ein Tauschpaket mal wieder bekommen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich bin etwas süchtig danach geworden. Ja, ich bekenne mich. Ganz schlimm. Naja, machen wir mal auf hier, wa? Von einer Sache weiß ich die da drin. Und ich freue mich jetzt schon. Hallo? Hallo? Messer? Okay, das geht nicht. Ach, schau mal eine an. Hier ist meine Narbepfeile, die ich schon seit, ich glaube, ein paar Wochen suche. Ich habe mir trotzdem die Fingernägel sauber gemacht. Also so ist es ja nicht, ne? Nehmen wir mal das hier. Zack. Zack, zack. Ja, geil. Weißes Fimo. Ja, gut. Sehr gut, danke schön. Ich brauche nämlich unbedingt weißes Fimo. Yes. Yes. Ja. Oh, das ist selbstgepasst. Das riecht gleich an. Da habe ich noch ein. Okay. Ein Zettelchen. Oder ein Brief. Das ist ja süß. Nach zehn Versuchen, die Bandrolle in den Umschlag zu quetschen, bin ich dann doch noch auf die Idee gekommen, es abzuwickeln. Ich hoffe, du kannst mit den Sachen was anfangen und es gefällt dir. Ich glaube, das wäre bei mir aber auch so gewesen. Ah, ein Amulett. Chaos-Tüte. Ah. Ah, ein Amulett. Tada. Amulette. Sehr geil. Na, da kann man hier drauf dran. Was haben wir dann hier dann noch drin? Nylon-Band. Ich hole mal alles raus hier. Nee, geht nicht. So, ein Schlüssel-Anhänger und Nylon-Band und Kettelstifte und Ohrhaken. Juhu. Jede Menge. Kettelstifte. Da sind die mit dem... Nee, wie heißen sie? Ja, Kettelstifte. Ohne Öse. Halt. Dann hier so ein Nylon-Band für Ketten. Oder sowas. Oder Gummiband. Weiß ich jetzt nicht. Ah. Es ist sich am Verheddern hier. So. Da. Da ist noch ein Ohrhaken. Ohrhaken wisst ihr ja, wie sie aussehen, ne? Da. Ein Schlüssel-Anhänger. Dann noch ein paar Ohrhaken. Ah, was haben wir denn hier noch? Okay. Ein Ringrohling. Ich hole mal hier die einzelnen Sachen raus. Das. Ein paar Schmuckteile. Karabinerhaken. Kleine Schmuckteile. Aber das erkenne ich jetzt leider nicht, was das sein soll. Narve. Das ist ja witzig. Hihi. Dann habe ich hier so Flügel-Perlen. Handschenschirm. Da. In schwarz und in rosa durchsichtig. Dann ein Ringrohling. Sehr gut. Kann ich sehr gut gebrauchen. Meine sind nämlich fast leer. Dann ein Peace-Zeichen. Auch als Schmuckanhänger. Und am geilsten finde ich ja die hier. So eine Totenkopf-Perlen. Darauf stehe ich ja sowieso total. Davon habe ich vier Stück sogar. Wui. Geil. Ja, dann habe ich dann hier so ein kleines Tütchen voll, ne? Oh, was ist viel Bruch? Total geil. Da noch so viel. Na kommst du. Gaps, 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 gaps. Sehr gut. Ich freue mich. So. Weiter geht's. Die Schose. Oh, ein Glipser. Was ist das? Black. Sehr geil. Ich liebe dieses Glitzer-Puder. Stehe voll drauf. Yeah. Wird. Wird. Kurzblumen. Kurzblumen. Ja. Noch eine. Yes. Genau sowas suchen. Eine. Die ist ja mal geil. Juhu. Zack, 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 zack. Bin ich nicht beautiful? Ich hoffe, es sieht doch jetzt gut aus. Ich mache mich hier nicht voll zum Atmen. Ja, geil. Sowas suche ich nämlich auch. Weil ich momentan so einen Tick mit meinen Haaren habe. Da ist es. Da ist es. Davon war eigentlich nur die Rede. Leo Schleifenband. Zwei Meter. Yes. Das ist übrigens... Moment. Da bin ich wieder. Dieses hier. Das ist so ein bisschen Organza durchsichtig. Und das ist das hier. Yes. Sehr geil. Mal gucken, was ich da noch mit so ein schönes Ansteller noch. Was haben wir hier noch? Oh. Schleifenband. Ganz viel Schleifenband. Oh, Schleifen. Fertige Schleifen. In schwarz. Nochmal eine schwarze. Nein, ist er süß. Ich punkte ihn da auf. In gestreift. Ja. Ja. Oh. So viele vorgefertigte. Ich zeige gleich weiter. In lila. Jetzt schleifen man nicht voll Streifenband sagen. Okay. In rot. In blau kariert. Das ist ja geil. Passt, ne? Passt zu meiner Haarfange. Oh, ist das niedlich. Ja, so ein ähnliches hatte ich auch mal kariert mit. Aber da war so eine Spitzenborte oder Bordüre oder wie auch immer noch dran. Das ist sehr schön hier. Ich muss mir mal irgendwas mit einfallen lassen. Mit meinem Schleifengedöns da oben. Oh, ja. Da ist das niedlich. Oh, ja. Oh, da werde ich ganz viele tolle Sachen mitmachen. Voll. Und dann hier noch so ein paar Schleifchen. Sliften, ne? Moment. Da. Alles schon fertig. Oh, ich freu mir die Arbeit nicht noch nicht. Sehr geil. Oh, ich freu mich total. Und ich kann alles gebrauchen. Ja. Ah. Bevor ich es wieder vergesse. Das Selbstgebastelte gucke ich mir gleich noch an. Moment. 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 Ah, hier. Ich hab mich gar nicht gesehen. Hast du sie selber gemacht? Musst du mir mal verspickeln. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, das Glitzer. Oh, das ist immer gut. Noch was? Noch was? Noch was? Dass ich das hier wieder was vergesse. Nee. It's empty. Dann gucke ich mir noch das da. Oh, ist das niedlich. Ja, ein Schlüsselanhänger. Ups. Das hast du gut gemacht. Ja. Sehr schick. Moment. Oh, die Schleife ist auch niedlich. Dein Schlüsselanhänger. Ist das nicht niedlich? Mit kleinen Erdbeeren oben drauf. Ich seh gar nicht. Da. Ist das nicht süß? Oh, danke schön, liebe Julia. Ich danke dir und ich kann wirklich alles sehr gut gebrauchen. Übrigens, sehr geil. Kunstblumen. Perfekt. Brauche ich im Moment sehr, sehr viele von. Ich danke dir, liebe Julia. Und ich hoffe, dass ich dir auch ein entsprechendes Paket zusammenstellen kann. Und ich dir mit auch helfen kann. Und ja, ich danke dir. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.